Bist du bei mir jetzt dran? Ja. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Bauwäsche. Äh, brauchst du auch Metall? Weil ich hab, ähm, ich hab jetzt, äh, 8.000 Metall. Was? Hast du den gemacht? Ne, Metall brauch ich eigentlich nicht. Ich, ich pack sowas immer nicht ins Lager. Also, Freunde, Leute, willkommen in meinem Stream. Als was spielst du? Welchen Held spielst du am meisten? Ähm, eigentlich den hier oder den Ninja. Alter. Na, warte, dann geb ich dir noch was anderes, was ich auch immer nicht spiel. Äh, die kann ich nicht verschenken, aber die hier. Die ist auch ganz cool. Hier. Ja, danke, danke. Darf ich die haben? Ah, deswegen hab ich sie da hingepackt. Oha, danke. Siehst du, so läuft das, wenn man nicht scammt. Schönen Grüße an deinem Bruder. Es reicht! Danke für die Schrauben. Ich bin heute in Gönnerlaune. Ja, das Schwert ist ganz gut als Ninja und da ich selten als Ninja spiele, ich hab so drei noch. Ich hab, ich hab die ja als Skizze. Auf Malachit hab ich die schon. Achso. Jetzt hab ich drei davon. Ah, okay, gut. Das ist gar nicht. Ähm, ja, gibt's sonst was anderes? Ja, die hab ich als Skizze zum Beispiel. Deswegen verschenke ich dir auch die, weil das wäre unnötig, wenn ich jetzt irgendwelche Waffe verschenken würde von anderen. Aber die kann ich selbst produzieren. Die hab ich selbst auch auf 1006. Geil. Jetzt hast du so viele Schrauben, oder? Ja, aber zu viel hat man nie, weil ich hab in der letzten Mission auch schon mal extrem viele Fallen gebaut. Aber deswegen, also zu viel hat man noch nie. Willst du uns noch ein bisschen zocken? Weil ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ja. Wir können ja auch gerne eine Mission sonst von dir spielen. Gehen wir mal raus. Also wir können auch eine höhere, oder wie du willst, was für eine Mission du spielen willst. Ich hab halt nur 34er. Ja, wir können auch höher gehen, dann gehen wir bei mir rein. Wird sie fahren? Ja, nur bei dir. Ja, mir fass du nach. Achso, warte mal. Ich guck mal ganz kurz, ob's noch... Hast du mal geguckt auf der Internetseite? Äh, nein, noch nicht. Ja, es ist kritisch. Ja, ich merk's selber. Weil zum Beispiel, morgen gab's da eine Lieferer-die-Bombe-Appel in der 58er-Zone mit 35 V-Bucks. Aber das ändert sich manchmal so nach, ich glaub, 4-5 Stunden oder so. Guck mal, jetzt haben wir hier zum Beispiel... Kann ich dir zeigen? Ich hab jetzt auf der Seite geguckt. Können wir nämlich machen. Die ist auch nicht ganz so hoch. Jetzt haben wir... Ähm, jetzt haben wir hier in der 52er... Haben wir... Repariere den Schutzbomber, glaub ich. Hier, 35 V-Bucks. Alter, geil. Haben wir noch nicht noch, ne? Hallo. Moin, Lukas. Da ist er wieder. Darf mein Kollege mitspielen? Na klar. Ich weiß nicht, wo Deadpool und der Rest ist gerade. Der Kirche ist auch noch im Zocken. Ich dachte, der will auch mitmachen. Und Sakura ist noch nicht online. Deswegen zocken wir erstmal. Ähm, wir wollten hier 35 V-Bucks, musst du noch machen. Mhm. Ist das okay? Mhm. Äh, fühlt sich auch voll motiviert an. Mhm. Hallo, ein bisschen mehr Enthusiasmus hier. Ja, mein Bruder. Der Zug ist abgefahren. Mhm. Äh, höchst nicht diese Mutter, wenn ich irgendwie drin bin. Dann starten wir mal. Weil der Max, der ist noch nicht so weit. Der kommt nicht so weit. Ich nehme nur kurz den Rest meiner Wäsche auf. Habt ihr gehört? Daniel, komm gleich. Okay, wir spielen mal eben kurz ne Mission. Ich mir. Oha, meine 58 V-Bucks, du hast immer so kleine Nacht. Oh, ey. Oh, ey. Man nimmt ja keinen Schaden oder was? Ich sitz mal mal drüben. So, und jetzt, äh, wollte ich ganz sagen, ich nehme jetzt mal eine andere Woche. Weil das geht nie auf den Senken. Ne, jetzt. Gitter. Oh, da kann ich nix bauen. Aber ist der Fallenverbund, war deswegen, oder was? Ich muss nicht den Kunden mit der Wunder online gehen. Unmöglich. Also, war... Ich nutze jetzt hier überhaupt den Zertogenstrahl. Nein, schau dir mal die mal. Was? Das geht leider nicht. Ne, du wolltest dann auf alles. Siehst du also doch Fallenverbund, war. Ich weiß nicht, warum man das immer sieht. Das muss ich mir nochmal erklären lassen, wenn man die Bombe sahen. Zum Beispiel sind sie geistig behindert, gehen mit 60 Insekten zu ihm an Salken. Wie meinst du das, Benni? Das habe ich jetzt gerade nicht so verstanden, wie du das meintest. Achso, Bonsai. Und in puncto Freundlichkeit, du musst es mal... Ich wusste ja immer oft den Dschinn, ne? Den Franzosen. Ähm, da habe ich vorhin im Stream vorbeigeschaut und habe mit ihm ein bisschen Schmack von meiner Freundin gesagt. Und er kann, der spricht ja auch Deutsch. Also selbst die Leute sagen dir Tschüss. Und das war nicht gerade schlau mit dem Nama gerade, ne? Ich weiß. Wer hat denn überhaupt Entdecker? Ja, cool. Achso, warum sagst du nichts vorher? Ich habe voll viele Nama-Freunde. Ich weiß nicht wie Barks. Ich auch. Alter. Wenn ihr die Mission noch nicht gemacht habt, dann kriegst du sie nicht. Boah, ich kann meinen... Ich bin alt. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber wir sind alt im Senil, wir müssen auch ein bisschen schlafen. Was soll ich denn sagen? Außer morgen ist Sonntag. Also ich... Es ist 23 Uhr. Also ich bin die Einzige, die immer um 22 Uhr in der Woche schlafen geht, aber doch nicht am Wochenende. Das bin ich mir alt. Okay, okay. Ich bin ja morgen wieder da. So ist es nicht. Ich habe eine Freundin, die im Bett auf mich wartet. Das ist schon so ein... Ich schläft doch auch schon. Danke auch dir fürs Mitspielen, Rondos. Ich weiß noch. Danke. Jedenfalls. Gute Nacht. Ich wünsche euch Gutes Nacht und schöne Grüße. Schlaft mal gut. Ja, ich bin immer im Spielen. Ja, du musst ja das. Ich werde heute noch fällig kriegen. So nicht mehr. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ja, tschüss. Da sind wir nur wieder alleine. Ja, aber zu zweit brauchen wir ohne Events. Wir können auch noch mal zu kommen. Ja, vor allen Dingen... Es fehlt halt einfach unser Gängebauer. Unser Gängebauer? Ja, ich habe ihn gerade mal... Ich habe ihn gerade mal eingenommen. Wir haben beide den gleichen Gedanken gehabt. Kann ich Wirt machen bei denen? Das ist gut. Ja, das sind E2-Missionen. So, wo war das noch? Ähm, Steinwald? Neun Ardlers. Hoi. Was? Wir müssen Level 9 und 2 Ardlers haben. Aber bei mir werden die auch noch nicht angezeigt. Wahrscheinlich sind die Missionen noch einfacher zu... Hä, bei mir werden die angezeigt. Warte mal, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. V-Bug, ja. Gut, und ihr? Wo denn? Max? Hä, da. Ja. Warte, sag ich auch? Ja, gib mal Max. Ja, das, das. Wird mir nicht angezeigt. 25 V-Bugs. Aber öfter so. Ich mache mal kurz... Ich mache mal kurz den Max. Hier, die. Ja, los, gut. Ja, da bin ich mal gespannt, ob es für mich auch V-Bugs geht, weil es wird mir auch nicht angezeigt. Ja, ja, gibt es. Das hatte ich schon ganz aufgehört, weil es einfach nicht angezeigt wird. Schade, dass ich nicht mitgemacht habe, was heute dann das war. Ja, ich weiß nicht, wegen der Horde. Der blöde Kacklug da, der hat die ganze Zeit immer schon die Drohne gelootet, dass kein Ahnere was tut. Ja, nur mal. Oh Mann, ey. Ich bin schon mal voll. Ich schaffe nie meine Mission, ey. Wieso? Na, guck mal, immer wenn ich, immer wenn ich, äh, joine und die Anomalien sammeln möchte, haben die Gegner, die, äh, also meine Mitspieler die schon, also so, halt genommen. Und dann, wenn ich auf Privatstelle versuche, das alleine zu machen, dann verkacke ich immer. Also dann schaffe ich das nicht. Normalerweise aber, wenn du eine Anomalie machen musst, kann es auch oftmals sein, es wundert mich jetzt gerade, dass, ähm, wenn jemand anders die macht, die für dich auch mitzählt, die Mission. Bei mir wäre, aber bei mir steht immer Null Anomalie. Okay. Ja, ich glaube, das kommt auf den Auftrag an. Ich muss jetzt gleich noch unbedingt was ins Lager packen und dann kann ich dir auch nochmal gleich was geben. Dass du wahrscheinlich mit Frauen kommst. Da, alle, die ist schwer da hier. Ja. Oh, ne, fette Mut. Zwei Regen drauf. Also ich hab keine V, oder? Nee, ich hab keine. Also ich hab keine V-Box. Nee, ich auch nicht. Ich weiß, es ist wieder dringend, was hier passiert. Ich schon. Also hab ich jetzt gerade nicht gesehen, dass ich welche bekommen hab. Ich sehe da keine. Vielleicht müssen wir uns auch mal abmelden und wieder anmelden. Ich brauch grad sagen, vielleicht einmal. Reicht das, wenn wir, ähm, kurz auf eine Royale? Ja, Spielmodus, Spielmodus wechseln und dann wieder rette die Welt. Ja, machen wir mal einmal ganz kurz, weil das ist schon sehr eigenartig. Oh Mensch, es ist doch gar nichts los, Mensch. Ich weiß nicht, wo du schon wieder irgendwas gehört hast. Nehmen den Sturmschild. Ähm, noch hoch. Nach links. Ja, die. Genau die. Das wird aber auch nicht angezeigt. Ja, bei mir wird auch nichts angezeigt. Hä? 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 Das spiel ich jetzt aber dann absolut nicht. Vielleicht startet mal das Spiel neu oder so. Ich starte mal mein Game neu. Ja, muss ich dann wohl auch machen, aber dann. Huch, ihr könnt mich doch hier nicht so in der Wäschekammer überraschen, Mensch. Aber ihr seid ja anscheinend noch da. Also, überlegt es euch, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ah nee, das klingt jetzt gerade komisch. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt auf meinem Kanal, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und zu drücken. Take a life to go. 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 Bis zum nächsten Mal.